Oh, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Folge 42, soweit ich weiß, ja. Oder ist es doch schon, ich hab keine Ahnung. Jetzt hab ich auf jeden Fall 41 genannt, also, keine Ahnung. Na, jetzt in Notfall tue ich mich jetzt halt. Ich nenne dir jetzt einfach mal Folge 42. Vielleicht ist es auch Folge 43, ich weiß es nicht genau. Wir sehen uns wieder. Hier, ja, und jetzt, ich mach mal, Risky Boy. Scheiße, jetzt klingen sie ja nah. Oh, shit, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Hilfe! Ich hab aber noch viel, ich kann jetzt auch einen von den Schlüsseln benutzen. Okay. Ist es jetzt offen? Oh, geil, neun Trank. Ich hab doch mal was. Was ist denn der? Geil. Joa, warum auch? Nicht. Beste Kiste. Jups, das war der Raum. Ach, kann es sein, dass das alles nur die Wachen da drunter sind? Und wir hier oben eigentlich kein weiteres Problem haben, außer den einen Spakular? Ja. Au, ich bin auch so ein Idiot. Au. Ja, das hab ich sehr intelligent gemacht. Musst der Heldrand gleich wieder dran glauben. So eine Scheiße aber auch. So, ich weiß, es kommt da. Aber nee, ich guck jetzt erstmal. Nee, ich glaub, bis auf den einen, den wir jetzt abgemuckst haben, ich glaub, der Rest ist alles in der Ebene da drunter. Und zwar, ich glaub, wir können uns hier relativ frei bewegen. Wenn ich nicht ganz... Mach mal hier. Wenn ich nicht ganz falsch liege. So, und dann würde ich da mal hochschauen. Jaja, sicherlich. So, ich glaub, diese Doppeltüren kann man da mitlesen. Komm, shit, hab ich den ausgelöst? Bitte nicht. Nicht angucken. Nun löse ich das. Ah! Ups, so lah. Heh heh. So viel zu, wir sind hier sicher. Hui, hab ich mich erschreckt. Wie, 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 wie crouch ich nochmal? Oh, ich vergesse nicht, hab ich deswegen nochmal crouchen. Ähm. Ähm. F, ne? Ja. Ach, ja, klar, das ist da, das Treppenhaus. Die gehen da dann hoch jetzt. Das ist natürlich die ungünstige Angelegenheit. F, ne? F, ne? Und die Seite. Was war da denn nochmal? Waren wir da schon drin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, das ist doch von ganz am Anfang hier. Na geil. Cool, ja. Okay. Hm, witzig. Wie gehe ich jetzt mal weiter? Ja, so nicht. So, schon mal nicht. So, schon mal nicht. Okay. Okay. Hier habe ich jetzt mal auch Ärgern bekommen, das weiß ich noch. Das war auch nicht so die aller-endlich-endlich-endlich-endlich-sache. Sollen wir doch wieder da hochgehen? Wo ging es nochmal hoch? Da, ne? Sollen wir die nochmal? Ah genau. Ne, da wollte ich auch nicht lang. Da wollte ich lang, ne? Hups, da muss ich wieder aufpassen. Ja, ja, ja. Hier ist wieder dieser komische Gang, Gang, Gang. Ah, sollen wir hier wirklich wieder hoch? Ich weiß es nicht. Ach egal. Oh, diese scheiß creepy Lache immer. Nein, nein, ich mache nicht schon wieder irgendwie 10.000 verschiedene Speicherstände. Oh, diese Lache! Oh, diese Lache! Oh, diese Lache macht mich irgendwie noch wahnsinnig. Ich bin jetzt hier gelandet. Hier ist so. Okay. Hier ist noch komischer verdreht. Oh Gott, das ist verwirrend. Ich bin jetzt hier. Oh Gott, das ist verwirrend. Oh Gott, das ist verwirrend. die 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 und und wenn das schon wieder von hier zu ich hoffe man sieht man mich nicht ich glaube diese creepy lachen kann es sein dass sie von dieser starke ich glaube das ist hier unten dieses ding mit der startung kann es dann ist es von der startung bekommen wo genau geht er mal wieder weg was ist von diesen steinen ok eine mine wie komme ich jetzt wieder hoch da habe ich mir jetzt auch einen tollen weg ausgesucht jetzt habe ich zwar zeug aber wie komme ich jetzt wieder hoch kann ich da einen seilpfeil reinschießen wahrscheinlich nicht oder sheet ja geil erstmal die flashbomb werfen alles klar ja wie komme ich denn da jetzt am besten lang ich warte bis er wieder rauskommt dann knüppel ich den schon mal glaube ich nieder und dann gucke ich mal ob ich irgendwann den Weg hoch finde das wird die spannende frage na komm dieses lachen macht mich fertig ich habe jetzt extra mal lauter gemacht ich hoffe ihr hört jetzt dieses creepy lachen hier die ganze Zeit jetzt muss ich nochmal lauter machen weil das ist echt ja ja nein ich will nicht den schlüssel da benutzen ich will den kerl hier weg tun da ja das ist ja 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 das ist ja ja das ist ja das ist ja das ist ja der ja und lang noch mal ein neuer speicherstand mit denjenigen meine Güte kommen immer irgendwo hin und noch nie gewesen ist meine Güte und dann soll man sich ja auskennen also, was machen wir gehen wir da hin wir speichern number one Antwort auf alles schon wieder irgendwo wo ich noch nie im Leben hier gewesen bin in diesem blöden Haus ach Kinder ich würde sagen wie es hier nochmal weitergehen tut, sehen wir dann in der nochmal nächsten Folge ist ja draus, ich bin es auch, bis dahin, ciao shit, geht's go das war das war Vielen Dank.